Hallo Freunde des Makabren, mein Name ist Paula und ich bin Mika und wir sind todsicher. In Postweihnachtsstimmung? Nein, auch nicht mehr ganz Neujahrsstimmung. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr von uns. Kann man noch wünschen. Ja, ich meine es ist ja erst Februar. Es ist zwar nicht an dem Tag, wo wir aufnehmen, aber an dem Tag, wo die Folge rauskommt. Also Happy Birthday Mika. Nein, ich feiere nicht. Und dann bestimmt ein alter Ding selber, oh Gott, ich werde alt. Wenn die Rückenschmerzen einsetzen. Lach nicht, ich habe wohl so Rückenschmerzen, dass ich eigentlich ständig hinter Max herrenne und sage, Max, mein Nacken tut weh. Lass die Füße verschreiben. Nein. Ich habe am Samstag einen Massagetermin, wie ungefähr alle zwei Wochen. Ja, ich nicht. Ja, es hilft nichts. Obwohl ich tatsächlich, ich fange morgen mit Sport an. Halleluja. Das liegt aber eher daran, dass ich wieder in meine Hosen passen will. Ich mache regelmäßig Sport. Ich habe heute sogar Yoga gemacht. Eigentlich wollte ich heute laufen gehen. Aber ja, ich mache öfters Yoga. Ich gehe laufen und ich mache Yoga. Ja, und ich bin ein alter fetter Blob. Yoga habe ich deswegen gemacht, weil ich meinem Göttergatten versprochen habe, dass ich mit ihm Yoga zusammen mache. Weil dadurch seine Arbeit am Schreibtisch die Haltung hat von einem Schrimp mit Skoliose. Ja, die habe ich auch. Ja. Definitiv, ja. Aber ich glaube, Max ist da ein bisschen kooperativer als du. Ich glaube, wenn ich bei dir Fuß auf der Matte antanze und sage, komm Paula, wir machen Junge, dann knallst du mir wahrscheinlich die Tür vor der Nase zu. Also, ich werde dich essen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich so fett geworden bin. Weil du mich gegessen hast. Oder ist nicht fett, die labert nur. Äh, naja. Die labert. Naja. So hätten wir jetzt zu unserer Folge kommen, weil wir nämlich beide eher ins Bett möchten. Mhm. Wir sind nämlich alt und ich habe wieder einen Job. Und Mika ist immer noch Mutter. Und immer noch in Elternzeit. Immer noch in Elternzeit, ja. Aber ein Baby ist ein Fulltime-Job. Ja. Ein Fulltime-Job. Ohne Urlaub. Den du nicht abgeben kannst. Naja, Max unterstützt mich schon. Ja, aber du kannst nicht outsourcen an ein Unternehmen in Indien oder so. Hm. Also, ich auch nicht, aber... Warum eigentlich nicht. Du kannst outsourcen an mich, wenn du mal Zeit für dich brauchst. Ja, ich habe jetzt heute auch schon ein Tempel mit der Tagesmutter gehabt, dass schon ein Kindchen irgendwann mal zur Betreuung geht, wenn ich dann wohl oder übel irgendwann mal wieder arbeiten muss. Weil nämlich Mutterschutz nicht ewig geht und irgendwann kriegst du halt auch kein Elterngeld mehr. Ja, das ist schon irgendwie traurig. Aber ich meine, heutzutage funktioniert das leider nicht mehr, dass einer komplett zu Hause bleibt, außer man ist reich. Oder der andere arbeitet sich dumm und dämlich und sieht seine Familie nie. Also, falls ihr wollt, dass ich mit meiner Tochter länger zu Hause bin, ähm, Kofi. Okay, wir sollten jetzt zum heutigen Thema kommen. Und, ähm, es ist eigentlich, also unser heutiger Fall ist eigentlich so mehr aus der Not geboren. Nachdem ich eigentlich einen anderen Fall vorhatte. Mika sucht sich immer, ihr denkt, ich suche mir die Schlimmen aus, Mika sucht sich immer die Schlimmen aus. Ja, Moment, mein eigentlicher Sälenmörder, den ich heute vorstellen wollte, den ich aber nicht vorstellen werde und den ich niemals im Leben vorstellen werde, haben wir deswegen genommen, weil diese Folge am 12. Februar, an meinem Geburtstag, online kommt. Und dieser Mann auch am 12. Februar geboren wurde und auch noch ein polnischer Sälenmörder ist. Mhm. Ja. Aber alles, also so weit entfernt von Mika's Spirit Animal, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, ähm, und dann war ich irgendwann bei seinem neunten Opfer und irgendwie sechs Monate altes Baby und Sälenvergewaltiger passt nicht zusammen und dann hab ich den Fall abgebrochen und gesagt, nope. Ja. Dann war ich da draußen. Falls ihr euch den Fall irgendwann mal selber durchlesen möchtet, sagt Bescheid, ich werde den Namen jetzt des Mörders nicht nennen. Ah, wir haben uns heute gesehen, Mörder ist auch ein Wassermann. Ah, immerhin. Ja. Und am 15. Februar Geburtstag. Ja, close enough. Ja, das kommt schon hin. Auf jeden Fall, unser heutiger Serienmörder ist, glaube ich, sogar eine Premiere, in der er ist Däne. Oh, okay. Ja. Und unser heutiger Serienmörder ist Peter Kenneth Boström-Lundin. Okay. Der sich später in Bjarneskornburg. Natürlich. Und zuletzt in Thomas Christian Olesen umbenannte. Ja, okay. Und ungefähr so dämlich wie seine Namen sind, so dämlich sieht er auch aus. Was ihn aber nicht davon abhält. Okay, wir machen ja keinen, wir schämen niemanden wegen seines Äußeren. Ich erkläre ja gleich, warum er dämlich aussieht. Wir schämen aber auch nicht wegen den Namen, ja. Olesen ist der Son of Ole. Nein, Olesen, nicht Olesen. Ja, aber das ist vielleicht die dänische Version davon. Okay, fand ich aus. Auf jeden Fall ein sehr spezieller Serienmörder, der am 15. März 2001, also gar nicht so lange, oh Gott, das sind auch schon wieder, der am 15. März 2001, das ist schon 22 Jahre her, vom Östre-Lanz-Rät wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Okay. Pass auf, also es war nicht sein erster Schuldspruch, aber dazu kommen wir noch. Denn in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2000 tötete und zerstückelte er seine Lebensgefährtin Marianne Pedersen und ihre beiden Söhne Dennis 10 und Brian 12. Wow. Okay. Wir steigen gleich mal gut ein, ne? That escalated quickly. That escalated quickly. Wie gesagt, am 15. März 2001 wurde er schuldig befunden, behauptet jedoch nach wie vor, seit Jahren, ich meine, er sitzt immer noch im Knast, es habe sich um einen Unfall gehandelt und sein Anwalt Björn Lund Hansen argumentierte vor Gericht ebenfalls, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Und als Lundin, ich will ihn jetzt einfach Lundin nennen, weil die alle Namen irrelevant sind, und als Lundin für schuldig befunden wurde, beantragte er eine begrenzte Strafe von 16 Jahren Gefängnis. Eine Frage. Ja. Wie ist Zerstückelung ein Unfall? Ja, das... Ist sie ihm aus Versehen in den Holzhäcksler gefallen oder... Ja. Wie? Das war eine Flasche, die ich gerade umgeschmissen habe, es tut mir leid. Auch meine Ohren. Sie ist in den Garten in den Häcksler reingefahren. Nein. Ich meine, wie zum Geier argumentiert man, oder lass es mich anders fragen, ja? Wie du drei Leute zerstückelst, die sei ein Unfall. Nee, 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 lass mich ausreden. Wie argumentierst du als Anwalt glaubwürdig, dass sein Mandant, Klient, äh... Mandant. Danke. Ähm, seine Frau und... oder Freundin und ihre zwei Söhne zerstückelt hat und das aus Versehen passiert ist. Nee, ist dir das noch nie passiert? Nicht so oft, nein. Aha, nicht so oft. Gut, bevor Paula sich weiter in die Bredouille redet... Äh, dieser Podcast wird irgendwann mal meine Evidence sein. Ja, und dann mache ich einen Fall über dich, wie ich dich überführt habe. Yes! Oder du bringst mich um, bevor ich das machen kann. 50-50. Auf jeden Fall, äh, sein Anwalt sagt, das war ein Unfall und der sollte nur 16 Jahre bekommen. Staatsanwalt Erik Merlung, der in dem Fall als Staatsanwalt tätig war, ähm, war aber immer der Meinung und hat seine Meinung auch niemals geändert und ist auch immer noch heute der festen Meinung, Nopp, das war Mord und forderte eine lebenslange Haftstrafe. Und obwohl das Rättslegeratet, oh mein Gott, dem Antrag des Staatsanwaltes auf lebenslange Haft stattgegeben hatte, empfahlen die höchsten richterlichen und medizinischen Sachverständigen des Landes, äh, ihn auch dauerhaft in Haft zu behalten. Also, es ist lebenslang, aber es ist halt nicht lebenslang. Ja, ja, ich meine, in Deutschland ist, glaube ich, lebenslänglich entweder 15 Jahre oder 25. Ich bin gerade nicht sicher. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt dann in Den Haftstrafe auch irgendwas um den Dreh ist oder so. Ähm, und wenn du halt noch relativ jung bist, sag ich mal, dann kannst du halt, nachdem du dann lebenslänglich gesessen hast, immer noch weitermachen, wenn sie dich rauslassen. Deshalb hast du ja zum Beispiel in Amerika irgendwie lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung, blablabla. Ja, oder du verurteilst die Leute zu 376 Jahren Haft. Ja, genau. Dann kannst du sicher sein, dass nicht mal ihre Knochen dieses Gefängnis jemals wieder verlassen. Geiss sein, sie sind unsterblich. Das wäre unpraktisch. Auf jeden Fall. Der Mord an Marianne und ihren Kindern ist einer der schrecklichsten und meist diskutierten Morde der letzten Zeit in Dänemark. Und wie gesagt, Lundin setzt weiterhin in Haftstrafe. Sehr gut. Er wird auch wahrscheinlich nicht rausgelassen. Sehr gut. Das ist aber nicht so schlimm für ihn, weil ihm scheint es da ziemlich gut zu gehen, aber dazu komme ich noch. Mhm. Wie gesagt, Peter Lundin wurde geboren am 15. Februar 1972 in Roskilde-Sügehus als Sohn von Ole Boström Lundin und der in Deutschland geborenen Anna Lundin, geborene Schaftner. Ole Lundin, also der Vater, und sein Bruder waren 1950 von Kanada in die Vereinigten Staaten gezogen, um der US-Armee beizutreten, wo sie im Gegensatz zur kanadischen Armee ihre dänische Staatsbürgerschaft behalten konnten. Mhm. Der Bruder, also der Onkel von Peter Lundin, wurde nach Korea geschickt, wo er an einem Virus starb, während Ole Lundin in Westdeutschland stationiert war. Und während er in Westdeutschland diente, lernte er Anna Schaftner kennen. Die beiden heirateten und ließen sich später in Dänemark nieder. Mhm. Papa Lundin fand eine Arbeit als Maurer und baute das Haus des Paares am Fuglesangsweg in Sollröd. Fuglesangsweg? Wahrscheinlich. Also alles in allem eigentlich süß. Er findet seine Frau, sie ziehen zusammen, er baut das Haus, sie lassen sich nieder, bla bla. Allerdings 1979 erkrankte Papa Lundin an einem Blutgerinnsel, das ihn arbeitsunfähig machte. Und zusammen mit den finanziellen Schwierigkeiten der Familie wurde das Haus zwangsversteigert. Mhm. Und darauf beschlossen sie, mit ihrem neunjährigen Sohn Peter in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Mhm. Sie kauften ein Haus am Essex Drive in der Stadt Ormond Beach in Florida, wo sie ein Motel betrieben. Okay. Im Jahr 18... 1800 von morgen. Ja, im Jahr 1894. So viel zu 375 Jahren Haft. Mhm. Im Jahr 1984 zog die Familie in ein neu erworbenes Haus in Maggie Valley, North Carolina. Mhm. Und ein paar Jahre später war anscheinend die Ehe der beiden nicht mehr ganz so glücklich. Und Ole Lundin beschloss, seine Frau zu verlassen und seinen Sohn mitzunehmen. Okay. Die beiden Männer ließen sich zunächst in Los Angeles, oder halt der Papa mit dem Sohn, ich meine damals war der Kleider noch nicht so alt, zogen sie nach, nee, zunächst zogen sie nach Los Angeles, wo sie ein paar Wochen blieben. Und dann ging es weiter nach New York City. Das ist jetzt nicht der direkteste Weg von North Carolina nach L.A. und dann nach New York. Nee. Aber okay. Aber es geht auch noch weiter, weil in New York City hatten sie anscheinend, konnten sie nicht Fuß fassen, sie hatten keinen Erfolg, sie konnten keine Arbeitsstelle finden, der Papa konnte keine Arbeitsstelle finden, sie konnten nicht wirklich eine gute Wohnung finden. Und da ist halt dort die Niederlassung eher so mau erfolgreich, also mäßig erfolgreich war, versuchten sie als nächstes in Boston Fuß zu fassen. Mhm. Da hat es auch nicht geklappt. Natürlich nicht. Und die Reise der beiden Männer endete in Miami, klar. Also wieder zurück nach Florida. Richtig, wo Ole eine Wohnung fand und wieder als Maurer zu arbeiten begann. Okay. Und Ole und Anna kamen wieder zusammen und der Vater und der Sohn holten Anna aus North Carolina nach Florida. Das heißt, das ist so ein bisschen full circle? Genau. Also irgendwie einmal, wir trennen uns, dann ziehe ich mit meinem Sohn einmal quer durchs Land und dann gehe ich zurück nach Florida und dann, naja, bandle ich doch wieder mit meiner Frau an. Und, naja, ich meine, solange es geklappt hat, ist doch gut. Ja. Der 14-jährige Peter war inzwischen an einer Highschool eingeschrieben in Miami. Und während seiner Schulzeit in Miami arbeitete Peter in seiner Freizeit in verschiedenen Jobs, unter anderem als Kellner in einem Restaurant. Und als er 16 wurde, verließ er die Schule und begann stattdessen, bei seinem Vater als Maurer zu arbeiten. Okay. Also eigentlich gar nicht so schlecht, ne. Ich meine, klar, er hat die Schule früh verlassen. Aber ich weiß gar nicht, mit 16, hast du da schon die Highschool abgeschlossen? Äh, ja, gute Frage, ne. Ähm, ja, nee, ähm. Auf jeden Fall hat er mit 16 die Schule verlassen. Okay. Und hat dann mit seinem Papa angefangen, als Maurer zu arbeiten. Alles in allem. Und so, ja, naja, vielleicht hat sie doch ein Happy End, die Geschichte der Familie. Allerdings hat Peter bereits angefangen, ähm, ungefähr um seinen 16. Geburtstag herum, so die ersten Kontakte mit Marihuana und Kokain zu haben. That escalated very quickly. That escalated very quickly. Die Familie zog dann wieder nach Maggie Valley zurück. Wo er anscheinend dann aber an die örtliche Highschool zurückging. Mhm. Und ungefähr zum selben Zeitpunkt, wo er wieder zur Schule zurückging, fing er an, mit Cannabis zu dealen. Natürlich. Warum auch nicht. Und hier geht's dann recht schnell los mit seiner ersten Verurteilung. Okay. Warum? Seine erste Verurteilung war wegen Mordes an seiner Mutter. Ähm. Kann ich diese Folge einfach nennen? Well, that escalated quickly. Ja, kannst du nennen. Okay, ich dachte jetzt halt vielleicht irgendwie Verurteilung wegen Dealen oder Marihuana-Besitz oder Drogenbesitz allgemein. Okay. Nein. Der Mord an Anna Lundin ereignete sich ungefähr um den 1. April 91 herum. Das genaue Datum wurde nie mit Sicherheit festgestellt. Peter Lundin war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Und in der Familie herrschte es schon seit langem Chaos. Vater und Sohn waren häufig betrunken und waren der Mutter gegenüber oftmals sehr gewalttätig. Die Situation war anscheinend öfters schon so ernst gewesen oder dermaßen eskaliert, dass die Nachbarn der Familie mehrmals die Polizei gerufen hatten. Ähm, es wurde aber niemals eine Anzeige gestellt. Mhm. Was ich sehr, sehr traurig finde. Aber es ist leider häufig so, dass Opfer von häuslicher Gewalt selten eine Anzeige stellen. Ja, weil sie Angst haben, was passiert, wenn sie es tun. Weil ich meine, es ist ja, also ich glaube, es ist einfach vielen Leuten nicht bewusst, dass, also ich glaube, viele Frauen denken, dass, wenn sie halt irgendwie Opfer von häuslicher Gewalt sind und das melden, dass der Ehemann oder die Person, die sie missbraucht, das mitbekommt. Oder Familienmitglieder von ihm das mitbekommen oder von der Person, sagen wir es mal so. Es kann ja auch eine andere Frau sein, um Gottes Willen. Ja, vom Abuser, vom Täter halt. Genau. Und ich glaube, es sind aber auch so, also in Anführungszeichen, die sind daran schon so gewöhnt, beziehungsweise für die ist das, das sind halt so, so, äh, äh, Scare-Tactics, also von den, von den Missbrauchern? Nee, von den Tätern. Ähm, dass sie halt quasi ihre, ihre Frauen oder ihre Kinder manchmal auch, ähm, so von oben herab behandeln und halt, äh, denen so lange einreden, dass sie halt nichts wert sind, dass sie sich irgendwann so fühlen und halt nicht glauben, dass sie es verdient haben, aus dieser Situation rauszukommen zum Beispiel. Ja, oder sie denken sich halt, wär so dieses, dieses Zuckerbrot und ein paar alte sowas. Ich hau dir aufs Maul, aber Schatz, ich liebe dich und es wird nie wieder hervorkommen. Ja, das ist leider auch sehr oft der Fall. Leute, wenn ein Partner, jemals die Hand gegen euch, Partner, Partnerin, ich mache jetzt einmal bewusst beides, ähm, kann Partner beides sein? Egal, wenn ein Partner oder Partnerin die Hand gegen euch erhebt, dann verlasst ihr diese Person. Ja, es ist, oder ihr meldet es an die gewissen Stellen, die es in Deutschland auch gibt oder in der DACH-Region auch gibt. Ähm, da gibt's genug, wir können da auch gerne mal einen Post so machen oder so. Ähm, ich kann und will mir nicht vorstellen, wie es ist, in so einer Beziehung zu sein. Ich wüsste auch selber nicht, ob ich, wie ich in so einer Situation reagieren würde, aber wir hoffen jetzt mal, dass niemand von euch in so einer Situation leben muss. Du würdest gar nicht in so eine Situation kommen, weil sobald ich auch den Hauch eines Vernachtes hätte, dass du irgendwie missbraucht werden würdest in deiner Partnerschaft, hätten wir einen neuen Fall. Und das mysteriöse Verschwinden von Partnerin oder Partnerin. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und Max würde es niemals wagen, dich zu missbrauchen, weil dann würde er den Wrath of your Mother spüren. Nö, Max liebt mich einfach und Max verabschiedt gewollt in jeder Form. Das auch. Das in erster Linie, aber deine Mutter ist dann die Hardcore zweite Linie. Ja, und die Tatsache, dass ich eigentlich eine starke Persönlichkeit bin. Ich mein, wenn jemand jemanden missbrauchen würde, dann wärst du es wahrscheinlich zu Max. Wenn, wenn, ich sage wenn, ihr seid sehr, sehr liebevoll und manchmal etwas zu kitschig miteinander. Für meinen Geschmack. Ja, wir sind halt frisch verliebt, ne? Es regnen Einhörner, wenn die beiden zusammen sind. Ja, wir sind halt frisch verliebt. Ich mein, wir sind jetzt, vor kurzem hatten wir Zehnjähriges. Mhm. Frisch verliebt. Ja, sag ich so. Wie am ersten Tag. Ja. Ist leider, also, was heißt leider, ich freue mich ja mega für euch. Nur manchmal denke ich mir so, stehe ich daneben so. Frisch verliebt. Wenn mir gleich ein Regenbogen aus dem Arsch schießt, würde es mich nicht wundern. Paul ist bloß eifersüchtig. So, auf jeden Fall. Vielleicht. Du liebst einen Regenbogen. Mhm. Ich liebe dich auch wie am ersten Tag, Paula. Okay, wir kommen vom Thema aus. Ich wollte gerade sagen, wir schweifen auch. Also, die erste Urteilung von Peter Lundin fand statt wegen des Mordes an seiner Mutter. Mhm. Er sagte, Vater und Sohn waren häufig betrunken, Alkoholprobleme, Peter hatte noch seine Drogenprobleme und die waren der Mutter häufig gegenüber gewalttätig. Und irgendwann eskalierte das. Jetzt pass auf, warum es eskalierte. Es wird vermutet, dass ein Streit die Ursache für den Mord an Anna Lundin war. Ja. Und zwar wird vermutet, dass Anna Lundin ihrem Sohn die langen Haare abschneiden wollte. Ernsthaft. Woraufhin er ihr das Genick brach. Was? Wie groß? Also, ist der ein großer, kräftiger Mann? Er ist doch ein Memphysioport, aber dazu komme ich noch. Ja. Aber ich meine, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass du schon relativ viel Kraft aufwenden musst, um ihm das Genick zu brechen. Nee, er hat angefangen sie zu würgen und während er sie würgte, brach er ihr das Genick. Wow. Wegen seinen Haaren, die nachwachsen. Ja. Alter. Das ist ja Grund genug. Ganz pass auf, nachdem die Mutter tot war, fuhr er gemeinsam mit seinem Vater, dramatische Pause, in die Leiche in die Stadt in Buxton und sie begruben Anna Lundin dort am breiten Sandstrand von Cape Hatteras. Am 1. November 1991 entdeckten Passanten bei einem Strandspaziergang in der Nähe des Leuchtturms an den Outer Banks in Buxton die Leiche einer Frau, die an Land gespült worden war. Die Leiche war in eine blaue Decke gewickelt, mit schwarzem Plastik überzogen und mit Klebeband und einem gelben Seil umwickelt. Wow. Peter und sein Vater waren in der Zwischenzeit nach Kanada geflohen. Doch am 6. Juni 1992 wurden beide in einem Hotelzimmer in Toronto festgenommen. Im Juli 1993 wurde Peter Lundin in Dare County zu 20 Jahren Haft verurteilt. Gleichzeitig wurde sein Vater Ole als Mittäter zu zwei Jahren Haft verurteilt, wo ich mir denke, das ist Mord. Zwei Jahre. Meine Hilfe zum Mord. Was zum Fick. Ja. Beide sollten nach Absitzen ihrer Strafe nach Dänemark abgeschoben werden. Ole saß seine Strafe ab und wurde deportiert, während Peter sowohl gegen die Länge der Strafe als auch gegen die Ausweisung, also die Deportationberufung einlegte. Ja, ich habe eine Frage dazu, weil das ist jetzt 92, nee. 93. 93. Und er hat aber den Tod, den Mord an seiner Freundin vom Anfang. 2000 begann, begann? Ja. Also hat er definitiv nicht die 20 Jahre eingesessen? Nein. Ah, why? Dazu komme ich noch. Wie gesagt, er hat Berufung eingelegt. Es gelang ihm allerdings nicht, seine Verurteilung aufzuheben, aber am 16. Februar 1995 wurde seine Strafe auf 15 Jahre reduziert, die er in der Brown Creek Correctional Institution verbüßte. Wieso? Wahrscheinlich, weil es gut aussieht. Ja, aber wie kommt man darauf, also zu sagen, oh ja, du hast deine Mutter umgebracht? Vielleicht hat er irgendwas argumentiert im Sinne von, ja, ich war betrunken und es war im Affekt und ja, aber ganz ehrlich, was ist denn das für eine Ausrede? Ja, und dann trinkst du wieder und bist wieder betrunken und passiert es dann wieder im Affekt? Nein, nein, es würde nie wieder passieren, Herr Richter. Es würde ja nur passieren, dass er aus Versehen jemanden zerstückelt. Hupsi. Ja. War der gesagt, es ist ja versehentlich passiert. Mhm, ganz klar. 1994, also wir gehen jetzt ein Jahr zurück, wurde Peter Lundin während seines Aufenthaltes im Gefängnis vom dänischen Fernsehsender TV2 interviewt. Oh, und jetzt hat Pass auf. Ähm, die Sendung wurde von Nordisk Film TV für TV2 produziert und von dem Fernsehjournalisten Jesper Klitt organisiert und die Sendung trug den Titel, ironischerweise, The American Dream und handelt davon, wie junge Dänen den Atlantik überqueren und versuchen ihr Glück in Amerika zu finden. Ich glaube, sie haben den falschen Typen ausgesucht für diese Sendung. Es war ein Zufall, dass sie Peter Lundin in die Sendung mit reingenommen haben, denn die TV-Leute blätterten anscheinend in der Zeitung durch und haben dort die Geschichte von Peter Lundin gefunden, dänischer Staatsbürger, der wegen Mordes an seiner Mutter verurteilt worden war. Der Organisator von diesem The American Dream schrieb daraufhin einen Brief an Lundin und fragte ihn, ob er an einem Interview für das dänische Fernsehen teilnehmen würde. Lundin natürlich, weil er eine sensationsgeile Rampensau ist, antwortete, dass er dies total gern tun würde. Und die Formalitäten für die Fernsehaufnahmen wurden damit im amerikanischen Gefängnisbehörden geregelt, die anscheinend eine sehr liberale Haltung gegenüber Interviews mit Häftlingen hatten. Apparently. So, mach es aber Sau. Also, ich habe diesen Fall recherchiert, ich habe mir die Bilder dazu angeschaut, ich habe alle weiteren Entwicklungen zu diesem Fall angeschaut und ich denke mir so, wow, der Kerl ist ja so ein lächerlicher Lappen. Sind sie das nicht meistens? Ja, aber der ist wirklich lächerlich. Okay. Also, er ist so richtig so, 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 so Neckbeard-Level. Oh. Pseudo-intellektuell und, naja. Ja, das ist bestimmt auch so ein Mansplainer. Ja. Während der Sendung färbte Peter Lundin sein halbes Gesicht schwarz ein. Oh, komm schon. Und ließ das an, die andere Gesichtshälfte unbemalt, um gut und böse zu symbolisieren. Ernsthaft? Er hat in einer Fernsehserie sich ein halbes Blackface gemalt? Nein, nein, es war kein Blackface. Er hat wirklich schwarz gemacht. Also wirklich so Ying-Yang-mäßig. Sondern er hat wirklich das halbe Gesicht schwarz eingefärbt, um zu zeigen, dass eine Seite von ihm böse ist und eine Seite von ihm gut ist. Wow, ist das ein lächerlicher Lappen. Nein, das ist voll tiefgründig, Paula. Ich möchte weinen. Jetzt sofort. Nein, das ist mega tiefgründig. Fanden auch alle geil. Wirklich die ganzen dänischen Frauen haben sich hinterher an den Herz geschmissen. Excuse me? Dazu kommen wir noch. Oh. Peter Lundin hat also dieses Interview gegeben und nachdem ein gewisser renommierter schwedischer Psychiater, nämlich Professor Stan Levander, dieses Interview gesehen hatte, hat er Peter Lundin nach den Kriterien eines Psychopathen analysiert. Also er hat so eine Psychopathie-Checkliste gehabt und Peter Lundin erfüllte 39 von 40 Punkten. Ich würde sagen, das ist ein relativ eindeutiges Ergebnis, oder? Ja, also nicht so 100% Psychopathen. Aber zu 99,5. Psst, psst, nein. Auf jeden Fall ist es entscheidend durch und durch. 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 Lundin wurde entlassen, nachdem er kaum die Hälfte seiner Haftstrafe verbüßt hatte. Natürlich. Im Bundesstaat North Carolina herrschte zu dem Zeitpunkt, wo Peter Lundin einsaß, ein Mangel an Gefängniskapazitäten. Und dann entlassen sie einen Mörder? Weißt du, dann entlass halt lieber den Typen, der mit Marihuana gedealt hat oder so. Ja, aber sie konnten ihn halt abschieben. Na? Oh, das ist jetzt Dänemarks Problem. Tschüss. Jetzt mich genau das. Der gravierende Platzmangel war unter anderem auf eine sehr große Zahl von Gefangenen der US-Armee zurückzuführen. Und die meisten dieser Sträflinge stammten aus dem riesigen Militärstützpunkt Fort Bragg. Und die Behörden hatten sich daher entschlossen, weil du halt so wenig Platz hattest, die Strafen für jeden, der nach einem bestimmten Datum inhaftiert wurde, zu halbieren. Und das damalige Gesetz erlaubte es nicht, dass Sträflingen einen anderen US-Bundesstaat einsetzen, wo ich mir denke, was ist denn das für eine beschissene Argumentation? Ja, also du hast jetzt ein Kaugummi geklaut, aber du bist halt einen Tag später eingebuchtet worden und deswegen musst du deine 30 Jahre absitzen. Ja, aber der verurteilte Mörder, der kommt hier raus. Ja, also diese Pauschalisierung finde ich halt krass. Also ich würde eigentlich hoffen und erwarten, dass sich dann halt Anwälte, Staatsanwälte, was heiß ich halt, Leute aus dem Rechtssystem hinsetzen, sich die Akten von den Häftlingen im jeweiligen Gefängnis anschauen und sagen, okay, der ist weniger Gefahr für die Gesellschaft, der ist mehr Gefahr, der behalten wir jetzt hier scheißegal, wann, zu welchem Datum sie eingeliefert wurden. Also was ist denn das? Das ist halt wieder so typisch Murica, also ein einziges Neckbeard-Country. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen einziges Neckbeard-Country, aber du siehst halt schon, dass es ein etwas anderes Rechtssystem ist als bei uns. Ah, kaum. Ist das mehr so willkürlich so, ja, entweder wird das gar nicht eingebuchtet oder ihr bekommt 35 Mal lebenslänglich. Auf jeden Fall, Peter Lundin wurde früher hinterlassen und am 4. Juni 1999 traf er in Begleitung von vier US-Polizisten auf dem Kopenhagener Flughafen ein. Und nach seiner Ankunft in Dänemark zog Peter mit seiner Frau Tina Lundin, die er 1996 während seiner Haftzeit geheiratet hatte, ihre Tochter im Teenageralter nach Moorlöf. Wie? Naja, die dänischen Frauen haben dieses Interview gesehen und dann hast du die Panties im gesamten Land droppen hören und der gute Mann konnte sich anscheinend vor Heiratsanträgen nicht retten. Jetzt weißt du auch, warum die Folge Frauen hält, heißt er. Ich meine, du musst bedenken, die Leute wussten, warum er einsaß. Ja, aber wie sah der Mann aus, dass so viele Frauen sich dachten, uhuuuh. Also meine lieben Macabros, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause, damit Paula einmal Peter Lundin googeln kann. Okay, also ich habe soeben gegoogelt und ich verstehe es immer noch nicht. Es tut mir leid, also es tut mir nicht leid, weil what the fuck, keine Ahnung, er ist irgendwie ist er so der, der in meinem Kopf Standard-Metal-Skandinavier irgendwie. Ja, aber nicht einer von der charismatischen Sorte. Nein, eher so der 0815 austauschbare, langhaarige Standard-Metaler aus Skandinavien, der auch bei Mayhem spielen könnte und vermutlich was gegen Ausländer hat. Ja. Also, ich kann Tina nicht nachvollziehen und die unzähligen, apparently, dänischen Frauen, die ihre Höschen an seinen Kopf geworfen haben. Aber okay, machen wir einfach weiter. Und immer noch werfen. Okay. Und ich bin weiterhin verwirrt. Machen wir weiter. Wir machen weiter. Also, wie gesagt, 4. Juni 1999 kam er in die USA zurück, zog mit seiner Frau und deren Tochter zusammen. Du meinst nach Dänemark. Meine ich ja, genau. Er kam nach Dänemark zurück und im Herbst 1999 zog Peter aus der gemeinsamen Wohnung wieder aus. Weißt du, warum? Oh Gott, weil er eine andere gefunden hat? Nein. Seine Frau hat ihn rausgeschmissen, nachdem er sowohl ihr als auch der Tochter gegenüber gewalttätig geworden war. Oh mein Gott, ich bin so überrascht. Ich muss mal in den Kopf fassen. Mhm. Oh Mann. Und während er dort wohnte, besuchte er ein Bordell im Fasanway, 239, also anscheinend Fasanenweg in Kopenhagen, wo er später Marianne Petersen, eine Angestellte des Bordells, kennenlernte. Okay. Die 1963 geborene Marianne Petersen, also wir halten fest, sie ist auch noch älter als er. Wie alt ist er zu diesem Zeitpunkt? Er ist 92 geboren, das heißt er ist 99,27. Er ist 92 geboren? 72. Ah, ich wollte gerade sagen, also sie ist neun Jahre älter als er. Ja. Okay. Marianne Petersen war zu dem Zeitpunkt, als sie ihn kennenlernte, 36 Jahre alt, eine Vorruheständlerin, Schrägstrich Frührentnerin und seit einem Jahr Witwe. Ihr verstorbener Mann war ein Maler und noch vor seinem Tod eröffneten sie gemeinsam eine sogenannte Massageklinik, Trinker, Trinker. Oje. Ein Bordell. Ach, danke. Übrigens, wie wird man mit 36 Frührentnern, das möchte ich gerne auch machen. Ja, ich glaube nur von ihrem aktuellen Job, weil sie eröffneten dieses Bordell und dort arbeitete sie als Prostituierte. Mhm. Petersen und ihre beiden Söhne Dennis und Brian lebten im Kopenhagener Vorort Röldorfre und die beiden lernten sich in diesem Bordell kennen und wurden später ein Liebespaar. Mhm. Am 3. Juli 2000 wurden Petersen und ihre Söhne von ihrem ältesten Stiefsohn als vermisst gemeldet. Oh oh. Er wandte sich an die Polizei, weil er besorgt war, dass er Petersen und die Jungen nicht auf den Handys erreichen konnte. Er hatte einen Zettel an der Haustür der Familie gefunden, auf dem stand, dass sie in den Urlaub gefahren seien. Well, that is not kind of suspicious. Nein, der Zettel war allerdings sehr komisch formuliert und deswegen ging der Sohn ins Haus, also verschaffte sich Zugang, um nach seiner Stiefmutter und den beiden Stiefbrüdern, Stiefmutter, Heilbrüdern, zu suchen und fand das Haus in Unordnung vor. Die Möbel waren anscheinend rumgerückt worden, Müll lag herum, erbrochen, es waren beiden Toiletten. Okay. Und im Keller auch ist komisch. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn es im Keller komisch riecht. Nein. Nachdem der Stiefsohn eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, begann die Polizei das Verschwinden zu untersuchen. Bei einer ersten Durchsuchung des Hauses stellte sich sehr schnell heraus, dass im ganzen Haus einzelne Blutflecken überall verstreut waren. Bei weiteren Untersuchungen wurden Blutflecken in Petersens Bett, in ihrem Auto und im Keller gefunden. Man fand Blutspuren zwischen den Badezimmerfliesen und sogar auf einem Schneidebrett und einem Mixer in der Küche. Oh. Mixer, nein. Die Polizei fuhr zwischenzeitlich auch zu Lundins Wohnadresse und durchsuchte dort die Räumlichkeiten. Lundin behauptete, die seien im Urlaub und er habe sich bereit erklärt, ihr Haus zu streichen. Okay. Totally not so special. Mhm. Und dabei habe ich einen sehr, sehr, sehr merkwürdigen Zettel an die Tür gehängt. Nein, das hat Marianne geschrieben, bevor sie in Urlaub gefahren ist und dann sollte ich ihr Haus streichen. Natürlich. Das ist Farbe. Das Haus sollte rot werden. Genau. Sie wollte es so. Sie ist Künstlerin. Sie hat mit ihrem Blut gemalt. Mhm. Was auch immer. Am 5. Juni 2000 wurde Lundin jedoch verhaftet und vier Wochen lang unter Mordverdacht festgehalten. Weitere Untersuchungen des Hauses führten sehr schnell dazu, dass man feststellte, dass Petersen und ihre beiden Söhne getötet und zerstückelt worden waren. Die erste Zerstückelung hatte im Keller stattgefunden. Deswegen auch der komische Geruch. Die beiden anderen in der Garage und in einer kürzlich gereinigten Gefriertruhe, die sich in einem Schuppen auf dem Grundstück der Petersens befand, wurden ebenfalls Blutspuren gefunden. Oh Mann. Der stellvertretende Hauptkommissar in dem Fall, Nils Köller von der Kriminalpolizei Hvidovre, falls ich den Namen massakriere, tut es mir leid, erklärte gegenüber der Presse, beide Orte sahen aus wie Schlachthöfe, obwohl Peter versucht hatte, seine Spuren durch Aufräume zu verwischen. Anhand von Resten menschlichen Gewebes konnten die Polizeitechniker feststellen, dass Lundin in der Garage, Trägerwarnung, einen Winkelschleifer benutzt hatte und etwa 100 sichtbare Schnittspuren auf dem Boden ließen darauf schließen, dass sie ebenfalls eine Axt benutzt hat. Einen Winkelschleifer? Ja. Holy Motherfuck. Nach drei Wochen, in Untersuchungshaft, änderte Peter Lundin seine Aussage. Er erklärte, er habe in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2000 Schreie aus dem Keller gehört und dort die beiden Jungen auf dem Boden liegend gefunden, von Marianne mit einem Messer getötet. Angeblich war sie nach der Einnahme von Drogen bewusstlos. Daraufhin begann er sie zu schlagen, weil sie die Jungen getötet hatte und nach seiner Erklärung schlug er sie, Zitat, nicht ernsthaft, Zitat Ende, und sie starb kurz darauf. Wo ich mir denke, also du schlägst sie nicht ernsthaft, aber sie stirbt durch das Schlag. Wieso war er da? In der Nacht? Nee, die beiden waren ja liiert. Ich dachte, sie waren nicht mehr zusammen. Oder er war in seiner Wohnung. Ach so, nee, sie haben nicht zusammen gewohnt. Nein, nicht zusammen. Ah, okay. Sie waren noch zusammen. Okay, alles gut. Sorry. Äh, habe ich nicht umrissen. Aber, ja, wie schlägt man jemanden nicht ernsthaft? Dass er aber trotzdem stirbt? Keine Ahnung, fragt Peter. Bin mir sicher, du fällst in den Beutelschema. Nämlich alles, was impulsert. Ähm, er erklärte der Polizei, er hätte sich nie bei der Polizei gemeldet. Daher dachte, diese würde ihm aufgrund seiner Vergangenheit sowieso nicht glauben. Und stattdessen hat er beschlossen, die Leichen zu zerstückeln. Also, alle drei Leichen. Wenn man kein Psychopath ist, kommt man, glaube ich, nicht zu dieser Conclusion. Also, also. Ich weiß ja nicht, also scheißegal, wie meine Vergangenheit ist, wenn ich tatsächlich, ja, aus, oder halt nicht aus Versehen, aber sondern halt, ähm, zufällig die zwei ungebrachten Söhne meiner Freundin finde und meine bewusstlose, voll gedruggte Freundin, dann rufe ich die Polizei. Nein. Außer ich bin Psychopath und eigentlich hat sie die Söhne nicht umgebracht, sondern ich war es, weil ich ein Psychopath bin und völlig wahnsinnig. Damit meine ich nicht mich, sondern Peter Lundin. Also, Paul ist auch wahnsinnig, aber. Auf eine andere Art und Weise. Äh, also, wir sind jetzt seit, ähm, noch im Sommer, wo er sagt, nein, er hat sie gefunden und, ähm, dann ist mir die Hand ausgerutscht und sie ausgerutscht und war sie tot und habe sie halt zerstückelt. Aus Versehen. Aus Versehen. Ähm, am 10. Oktober 2000 gestand er schlussendlich, sie getötet zu haben. Wow, das hat gedauert. Er erklärte, er habe sich mit Marianne gestritten, weil sie am Telefon mit einem anderen Mann, Zitat, nett gesprochen habe. Zitat Ende. Daraufhin seien sie alle aufgestanden, um auf ihrem Doppelbett im Schlafzimmer zu streiten und dort habe er allen dreien mit bloßen Händen das Genick gebrochen. Was? Sie sind alle drei aufgestanden, um auf dem Bett zu streiten? Ja. Das was? Ja. Okay. Kommt, Kinder, wir gehen jetzt halt ins Familienbett und da wird jetzt halt alles ausdiskutiert. Und dann bricht er allen drei das Genick? Ja. Wow. Nach den Morden legte er laut eigener Aussage die Leichen in die Gefriertruhen des Hauses. Also, Gefriertruhen. Hm. Jede Leiche in eine andere. Diese Geschichte wurde jedoch durch die gerechtsmedizinischen Beweise angezweifelt. Da festgestellt wurde, dass mindestens einer der Jungen im Keller gestorben war. Und die Ermittler hielten es für unwahrscheinlich, dass Peter Lundin seinen Opfern das Genick so gebrochen hatte, wie er es behauptete. Okay. Pass auf, denn am 19. Juni, also wie gesagt, man geht davon aus, dass sie zwischen dem 16. und 17. Juni gestorben sind. Mhm. Am 19. Juni 2000 ging Peter Lundin in einen Laden in Glostrup einkaufen, wo er, dramatische Pause. Okay. Bitte setzt euch. Ich setze. Okay. Er ging in einen Laden in Glostrup einkaufen, wo er folgende Sachen kaufte. Ja. Eine Axt. Klar. Gummihandschuhe. Okay. Plastiktüten. Und Reinigungsmittel. Ja, das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Nein, ich musste Holz hacken und dann wegschmeißen. Nein? Okay. Also ich muss Holz reinigen und dann muss ich es hacken und dann musste ich es mit Gummihandschuhen in Plastiktüten stecken, weil ich es in Spreißel bekomme. Genau. Genau. Also er kaufte die Sachen, zerstückelte anschließend die Leichen und steckte die Leichen in Plastiksäcke, die er für den Sperrmüll vor dem Haus abstellte. Er hat die einfach vor das Haus gestellt? Ja. Und das hat niemand bemerkt? Nee, anscheinend waren es undurchsichtige Plastiksäcke und er hat es für den Sperrmüll hingestellt und der Sperrmüll hat es dann zur Verbrennung mitgenommen. Aber das war im Sommer, ne, wo er sie umgebracht hat? Ja. Und es war vermutlich warm. Ja. Und ich meine gut, ich weiß nicht, wie lange die Säcke da draußen standen, aber das muss doch angefangen haben zu riechen. Ja, aber er hat ja nicht alles reingestellt, die Säcke. Denn nachdem er die Plastiksäcke für den Sperrmüll vorbereitet hatte, fuhr er dann mit Mariannes Fort Mondeo weiter durch das dänische Seenland und legte kleinere Leichenteile an verschiedenen Orten ab oder warf sie in verschiedene Abfallbehälter. What the fuck? Wie kommt man auf so eine Scheißidee? Also, ja, ich glaube, du kommst auf so eine Scheißidee, indem du ein Psychopath und ein mehrfach Mörder bist. Richtig. So. Und was traurig ist, etwa 10.000 Tonnen Schlacke wurden in Westvorbrending sowie auf einer Mülldeponie in Holme-Ostrupp bei Nestwed untersucht. Und mithilfe der dänischen Katastrophenschutzbehörde wurde der gesamte Westwolden ebenfalls durchsucht. Allerdings hat man die Leichen von Petersen und ihren Söhnen niemals geborgen. Oh Mann, so kriegt die Familie halt nicht mal irgendwie die Chance, Abschied zu nehmen oder irgendwas zu begraben. Nein. Also wir halten fest, Peter Lundin hat gestanden und der Prozess gegen ihn war für den 5. März 2001 im Österreich-Lanzrecht angesetzt. Nur wenige Tage zuvor hatten Polizei und Staatsanwalt Erik Merlung gehofft, dass Lundin sich des vorsätzlichen Mordes schuldig bekennen würde. Halt natürlich nicht gemacht. Und so musste der Fall von Richtern und Geschworenen entschieden werden. Der Vorsitzende wandte sich zunächst mit folgender Bemerkung direkt an die zwölf Geschworenen. Zitat. In den letzten Jahren haben nur wenige Fälle so viel Aufmerksamkeit erregt wie dieser Geschworenenfall, mit dem wir uns heute befassen werden. Und zwar aus der Reihe, die für die Publizität von Strafsachen gilt. Zitat Ende. Weiterhin wies der Präsident, also der Vorsitzende, auf die Besorgnis über den Einfluss hin, dem sowohl Richter als auch Geschworenen durch die Erwähnung des Falls in den Medien in den fast 8 Monaten seit der Verhaftung unweigerlich ausgesetzt waren. Also das macht einen riesen Druck auf die. Ja, klar. Und er wandte sich auch direkt an die Geschworenen und sagte, Zitat, Bei ihrer späteren Entscheidung in dem Fall dürfen sie nichts berücksichtigen, was sie nicht hier im Gerichtssaal, im Fernsehen und so weiter erfahren haben. Sie müssen sich auch von dem fernhalten, was sie im Laufe des Prozesses außerhalb des Gerichtssaal hören oder sehen mussten. Zitat Ende. Ja, ich meine, das ist ja, also ich habe es noch nie mitbekommen in Dänemark, aber man weiß ja, wie es in Amerika funktioniert mit so geschworenen Gerichten, dass die Geschworenen auch nur die Beweismittel in Betracht ziehen dürfen, die im Gerichtssaal den Geschworenen vorgeführt wurden oder erzählt wurden. Und das ist natürlich... Befangenheit. Genau, aber das ist natürlich super schwierig, wenn du halt, na, wenn das ein so langer Fall ist, also so ein langer Gerichtsprozess ist und die natürlich nicht irgendwie über Monate in einem Hotel festgehalten werden können ohne möglichen Kontakt nach außen. Ich meine, sobald die mit irgendwelchen Familienmitgliedern telefonieren oder sowas, werden die darüber sprechen. Also ich finde es schon okay, dass man die irgendwie einsperren sollte für den Fall des Prozesses, für die Zeit des Prozesses. Ich meine, wenn du einen Papst wählst, das ist ja auch ein Konklave, wo sie alle eingesperrt werden und nicht rauskommen, bevor nicht ein Papst gewählt wurde. Ja, aber ich meine, wie lange dauert das? Ja, das kommt immer drauf an, wann der Heilige Geist in die Kardinäle reinfährt und sagt, den wählst du jetzt. Das kann schnell gehen, das kann natürlich aber auch über Tage hinziehen. Die werden dann alle in diesem Raum eingesperrt, die Tür wird zugemacht, die dürfen erst wieder rauskommen, wenn der neue Papst gewählt ist. Und wenn das 40 alte Männer jenseits der 70, 80, 90 machen dürfen, ich glaube, ab 85 bist du nicht mal wahlberechtigt, wenn das 40 alte Männer machen können, dann sollten das auch 12 Geschworene machen können. Ja, aber dabei bedenkst du nicht, dass solche Prozesse oftmals über Wochen gehen können oder Monate sogar. Und viele Geschworene sind ja, also alle Geschworenen sind ja normale Menschen mit Familien und sowas. Ich meine, stell dir mal vor, du wirst jetzt als Geschworene einberufen und musst für drei Monate in ein Hotel ziehen, wo du deine Tochter nicht sehen kannst. Ja, ich würde mich gar nicht als Geschworenen-Dienst anbieten. Ich weiß nicht, wie das in Dänemark ist, aber in Amerika ist ja, glaube ich, keine Wahl. Ich glaube, da wirst du halt einfach ausgewählt, irgendwie. Dann sage ich, nein. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das läuft, aber... Gätschleunities für Geschworene, das wär's doch. Aber egal, dann kommen wir zurück zum Fall. Peter Lundin behauptete nach wie vor, dass er seine Opfer nicht töten wollte. Klar. Aber die Geschworenen glaubten ihm nicht. Ich weiß, gut überraschend. Sie sprachen Peter Lundin des vorsätzlichen Mordes und des Totschlags schuldig. Außerdem wurde er wegen Diebstahls aus dem Haus Nörregardsweh verurteilt. Mhm. Generalstaatsanwalt Erik Merlung sagte nüchtern und ruhig in seinem Strafverfahren, Zitat, In die Umstände, in die Art und das Ausmaß der vom Angeklagten begangenen Verbrechen sind erschreckend und entsetzlich. Darauf kann man als Gesellschaft nur reagieren und die richtigen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, indem man eine lebenslange Haftstrafe verhängt. Zitat Ende. Lundins Anwalt bemühte sich allerdings nachträglich, die Geschworenen dazu zu bewegen, seine Mitmandanten zu einer zeitlich begrenzten Strafe von etwa 16 Jahren zu verurteilen. Ähm, der Anwalt bezeichnete die Taten seines Mandanten zwar als widerwärtig und gruselig, appellierte aber dennoch an die Geschworenen und Richter, sich mit einer Haftstrafe von 16 Jahren für die Morde zu begnügen. Er verglich Lundins Morde mit dem Fall der Ärztin Elisabeth Wever, die für einen mörderischen Brandanschlag auf die Frau und zwei Kinder ihres Liebhabers zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Zitat, Die Tötung durch Feuer ist eine Verschlimmerung und sie ist Ausdruck eines so völlig geplanten Verbrechens, während die Handlungen meines Mandanten spontan und impulsiv sind. Zitat Ende. Nein. Einfach nein. Er war selber nicht so ganz überzeugt von dem, was er sagte. Ich meine, ich finde Strafverteidiger immer schwierig. Ja, die müssen halt schauen, dass halt das Gesetz eingehalten wird. Ja, voll. Ich, also ich, ich wüsste nicht, ob ich das jemals könnte. Wissentlich, also zu wissen, dass da ein mehrfacher Mörder sitzt und auch noch zu versuchen, eine mildere Haftstrafe zu kriegen, wo ich mir in meinem Kopf die ganze Zeit nur denken würde, schuldig, 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 schuldig. Also, äh. Ich weiß nicht, es ist ein schwieriger Beruf. Ich bewundere die Leute, die bei sowas wirklich objektiv bleiben können. Ja, absolut. Ich bin sowas von nicht objektiv. Ja, mein Mandant ist schuldig. Was? Was? Bevor sich die Geschworenen zurückzogen, um über die Länge der Strafe zu entscheiden, hat Peter Lundin die Gelegenheit genutzt, um letzte Worte an die Geschworenen zu richten. No, no. Und er sagte, Zitat, Wir müssen jetzt alle Frieden haben. Wir müssen Frieden in unserem Geist und in unserer Seele haben. Zitat Ende. Shut your damn mouth. Richtig, denn Richter und Geschworene entschieden sich schließlich dazu, auf den Staatsanwalt zu hören. Und am 15. März 2001 verkündeten die drei Landrichter Nils Johann Petersen, Eiler Brun und Hans Christian Thompson nach zehntägiger Verhandlung das Urteil gegen Peter Lundin. Lebenslange Haft. Die Vorurteilung zu lebenslanger Haft war einstimmig und erfolgte nach nur zehn Minuten Abstimmungszeit. Alle 24 Stimmen wurden von der lebenslangen Haftstrafe abgegeben. Also, in einem Spurgerichtsverfahren haben die zwölf Geschworenen jeweils eine Stimme und die drei Berufsrichter jeweils vier Stimmen, wenn es um das Strafmaß geht. Mhm. Lundin bat um Bedenkzeit und obwohl er die Möglichkeit hatte, das Urteil beim obersten Gericht anzufechten, tat er dies nicht. Mhm. Also, es war schon sehr eindeutig. Ja, ich meine, also, obviously. Der Vater Ole Lundin wurde nicht wegen Mittäterschaft oder Beteiligung an der Beseitigung der drei Leichen verurteilt. Er wurde jedoch wegen Diebstahls mehrerer persönlicher Gegenstände von Marianne Petersen verurteilt, die die Polizei bei einer Durchsuchung seiner Wohnung im Strand Wähen 201 in Hellerup gefunden hatte. Richter Jess Schioler war der Ansicht, dass Ole Lundin zwar aufgrund seines Alters und anderer persönlicher Umstände normalerweise nur eine bedingte Straf oder gemeinnützige Arbeit erhalten würde, dass aber die Umstände des Diebstahls so schwerwiegend waren, dass sich dies in der Strafe widerspiegeln musste. Er wurde am 7. Juni 2002 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe seit ohne Bewährung von vier Monaten verurteilt. Wo ich mir denke, er hat eine Tote bestohlen. Aber okay. Klar. Ja, und er wusste ja davon. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er halt einfach nur geklaut hätte, ohne zu wissen, dass die Frau vielleicht verstorben ist, sondern er wusste ja, hey, mein Sohn hat die umgebracht, deshalb klaue ich jetzt mal den Strafgeld. Ja. So. Und dann vier Monate halt. Wie alt war der Mann zu dem Zeitpunkt? Warte. Er ist geboren 1935 und es ist 202? Also um die 65? Ja. Ja, da ist er noch nicht zu alt, um lange im Gefängnis zu sitzen, meiner Meinung nach. Wenn du Scheiße verzapfst, ist es egal, wie alt du bist. Ja, aber weißt du, sie haben ihn ja überhaupt trotz allem ins Gefängnis gesetzt, weil anscheinend hieß es ja trotzdem, naja, normalerweise gegen Diebstahl gibt es halt nur gemeinnützige Arbeit, Sozialstunden. Ich meine, yay, dass sie die überhaupt für vier Monate eingebuchtet haben. Ja, das stimmt schon. Was jetzt Interessantes? Im Frühjahr 2001 wurde von dem ehemaligen verurteilten Schmuggler und Schwergewichtsboxer Mark Hulström und anderen anonymen Personen, die, Zitat, nationale Vereinigung für die Hinrichtung von Peter Lundin, Zitat Ende, gegründet. Okay. Die Vereinigung fordert nicht die Wiederaufnahme der Todesstrafe in das Strafgesetzbuch, sondern ausschließlich, dass das Volketing ein Sondergesetz verabschiedet, dass die Todesstrafe ausschließlich und nur für Peter Lundin vorsieht. Well, that escalated quickly. Ähm, ich meine, ich verstehe, Moment. Ich meine, ich verstehe den Hass auf den Typen, weil das ist halt echt ein extrem schwerwiegendes Verbrechen und wie du ja vorhin gesagt hast, auch eins der bekanntesten Verbrechen des ganzen Landes. Aber halt so, wir sind sauer, bringt den Mann um. Aber nur ihn. Aber nur ihn. Das ist so, okay. Nein? Weiß ich nicht. Fuck you in particular. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie, ich finde es besser, wenn er für immer da drin sitzt und niemals rauskommt. Na. Also ich finde es ein bisschen lächerlich. Ich meine, ich verstehe, dass die Welle, die dieser Fall geschlagen hat, aber komm schon. Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, ich glaube, Leute wollen halt, müssen irgendwie ihren Unmut äußern. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber ich finde es ein bisschen. Es hat einen gewissen Humor. Es ist ein bisschen lächerlich, es ist ein bisschen witzig, es ist verständlich vor allem, aber es ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen Fackeln und... Kriegt ihr nicht durch. Ja, genau. Es gab recht viele politische Kontroversen in dem Fall Peter Lundin, denn der dänischen Polizei wurde im Nachhinein vorgeworfen, Peter Lundin nach seiner Auslieferung an Dänemark nicht im Auge behalten zu haben. Die US-Abteilung von Interpol hatte die Kopenhagener Polizei routinemäßig darüber informiert, dass die vier begleitenden US-Beamten, die mit ihm gekommen sind, aus North Carolina mit einem Mörder unterwegs waren, der nach Dänemark abgeschoben worden war, nachdem seine Strafe in den USA abgesessen hatte. Die dänische Polizei reagierte routinemäßig, aber da sie in Dänemark nichts gegen Lundin in der Hand hatten, betrachteten sie ihn als normalen dänischen Staatsbürger. Jedenfalls wurde ihm aus seiner Ankunft auf dem Kopenhagener Flughafen am 4. Juni 1999 keine besondere Aufmerksamkeit geschehen. Wo ich mir denke, es ist auch so ein bisschen scheinheilig. Ich meine, sie schieben einen verurteilten Mörder ab, weil, naja, wir haben keinen Platz im Gefängnis. Und werfen dann aber der dänischen Polizei vor, ja, ihr habt den Mörder nicht im Auge behalten. Ja. Das ist so ein bisschen... Keine Ahnung, ich, vor allem mit der Aussage so, ja, er hat seine Strafe abgesessen. Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Ihr hattet einfach nur keinen Platz und habt alle Leute ab einem gewissen Datum freigelassen. Scheißegal, was ihre Verbrechen waren. Ich meine, der Mann hat seine Mutter umgebracht, indem er sie so lange gewirkt hat, bis ihr Genick gebrochen ist. Ja. Ja, das war nicht irgendwie, also ich meine, was auch schlimm ist, irgendwie Überfall mit Mord oder so. Dass jemand irgendwie ein Geschäft ausgeraubt hat und rumgeschossen hat und jemand ist gestorben, was genauso schlimm ist. Aber das war persönlich, das war, das sagt sehr viel über eine Person aus, a, die eigene Mutter umbringen zu können und b, so auf eine so persönliche und so brutale Weise. Und drittens, wegen einem Haarschnitt. Ja, genau, wegen einem Haarschnitt. Und dann denke ich mir so, naja, amerikanische Polizei slash Interpol, habt ihr denn die dänischen Behörden dahingehend weit genug informiert? Ja, anscheinend hat die US-Abteilung von Interpol, hat denen gesagt, das ist ein Mörder. Und die dänischen aber so, ja, aber er hat in den USA gemordet. Oh, das ist aber auch Bullshit, muss ich sagen. Weil es ist scheißegal, es ist, da bin ich wieder an dem Punkt so, es gibt keine Landesgrenzen, zumindest nicht, wenn man die Erde von außen betrachtet. Die Länder sind nicht farblich abgestimmt, es gibt keine optischen Grenzen, es ist eine Welt, wenn jemand in Amerika mordet, ist er überall ein Mörder. Scheißegal, auf welchem Kontinent er danach ist. Paula, schau auf mit deiner Logik. Auf jeden Fall die Tatsache, dass die dänische Polizei Peter Lundin nicht von dem Moment an überwachte, als er dänischen Boden betreten hatte, veranlasste die Abgeordnete Eva Kjer Hansen von der Partei Venstre, am 4. November 2000 Fragen an den damaligen Justizminister Frank Jensen von den Sozialdemokraten zu stellen. Zitat, kann der Minister den Fall Peter Lundin erläutern, einschließlich der Frage, warum der Mann nach seiner Ankunft in Dänemark nicht von der Polizei überwacht wurde und welche Initiativen der Minister ergreifen wird, um eine ähnliche Situation in Zukunft zu vermeiden. Zitat Ende. Justizminister Frank Jensen antwortete 14 Tage später, nachdem er sich zuvor sowohl mit dem Polizeichef in Glatzachse als auch mit dem Kopenhagener Polizeidirektor beraten hatte. Zitat, bei der Ankunft wurde die Person von der Kopenhagener Polizei in Empfang genommen, aber sofort wieder freigelassen, da sie nicht im zentralen Strafregister gesucht wurde. Interpol Kopenhagen informierte vor der Ankunft am Flughafen Kopenhagen die US-Behörden, ohne weitere Informationen über den betreffenden dänischen Staatsbürger zu erhalten. Interpol Kopenhagen informierte die Kopenhagener Polizei über die Ankunft und als der Wohnsitz des Vaters dann im Polizeidesträgen Genthofte lag, informierte Interpol Kopenhagen auch den Polizeichef in Genthofte. Der Polizeichef in Glatzachse teilte dem Justizministerium mit, dass der betreffende dänische Staatsbürger nach seiner Ankunft bei einer Freundin in Ballarub wohnte. Zu diesem Zeitpunkt wurde von der Polizei in dem Ministerium anscheinend nur angenommen, dass Peter und Tina Lundin noch nicht verheiratet waren. Und auf jeden Fall bla 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 bla, es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Die wurden informiert, die anderen wurden informiert, nein, diese wurden informiert, bla 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 bla. Es ist eigentlich einfach nichts anderes als sehr viel Gelaber. Ja, es ist halt ein, ich versuche hier gerade meinen Arsch zu retten, shit, shit, shit. Es ist halt eine sehr politische Äußerung, also es ist irgendwie ein Absatz über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 25 Zeilen. Und es ist eigentlich nur heiße Luft. Ja, um die Sache zu vertuschen oder zu überquasseln, dass Fehler gemacht wurden. Ja. Weißt du, es wäre ja genug zu sagen, okay, in diesem Moment haben wir Fehler gemacht, wir haben London nicht genug bewacht, beobachtet, wie auch immer, und werden Maßnahmen ergreifen, das zu ändern, die sehen wie folgt aus, jada, jada, jada. Ja, aber das klingt halt nur so, oh, ich muss meinen Hals aus der Schlinge ziehen, shit. Ja, auf jeden Fall hat er noch weiter ein bisschen heiße Luft von sich gegeben, nämlich zum konkreten Fall wäre außerdem festzustellen, dass sich das Justizministerium bereits 1996 an die US-Behörden gewandt hat, um den betreffenden dänischen Staatsbürger zur Vollstreckung nach Dänemark zu überstellen, was die US-Behörden jedoch ablehnten. Ach so, und weil die US-Behörden gesagt haben zu dem Zeitpunkt, nö, machen wir nicht, habt ihr gesagt, als er dann tatsächlich reinkam, weil offensichtlich wusstet ihr schon, wer er ist, wenn ihr ihn haben wolltet, dann habt ihr gesagt so, oh, jetzt wollen wir es auch nicht mehr haben. Was ist denn das für ein Zickenscheid? Der damalige Justizminister Frank Jensen erläuterte daraufhin unter anderem die Möglichkeit des Strafgesetzbuches zur Überwachung von Vorbestraften und fügte zusätzlich hinzu, Zitat, grundsätzlich spricht aus meiner Sicht einiges gegen eine systematische und intensivere Überwachung von Vorbestraften, wenn kein Verdacht auf weitere Straftaten besteht. Zitat Ende, wo ich mir denke, sicher dat. Der ist halt nur als Psychopath diagnostiziert worden, aber nein, der wird schon nichts mehr tun. Nö, nö. Er hat kurz darauf aus der Wohnung rausgeflogen von seiner Frau, weil ihr und ihrer Tochter gegenüber gewalttätig geworden waren. Aber hey, ich meine, spätestens dann müsste doch eigentlich, also beziehungsweise, nee, sie hat es ja nicht gemeldet, ne? Das weiß ich nicht. Achso, ich meine, wenn sie es gemeldet hätte, spätestens dann müsste er ja aufgefallen sein und spätestens dann müsste der Polizei oder den Behörden aufgefallen sein, so, hupsi, vielleicht sollten wir ihn nochmal beachten und beobachten. Glaubst du wirklich? Hä? Glaubst du wirklich? Sollte, ich habe nicht gesagt, dass es passiert ist. Ich habe gesagt, dass es hätte passieren sollen. Ja, ja, ja. Hat es aber nicht. Ja. Ich weiß, konnte überraschen. Er hat auf jeden Fall keinen Moment, also er hat am Anfang, als er dann inhaftiert war, hat er nicht so ein super glückliches Leben im Gefängnis gehabt. Oh. Denn als er am 27. Juli 2000 im Gefängnis von Fritzlöse Lille inhaftiert war, wurde er von mehreren Insassen angegriffen. Er wurde unter anderem mit einem Eisenrohr verprügelt, wobei ihm die Nase gebrochen wurde. Im Februar 2002 wurde er erneut angegriffen, als er von Mithilftlingen mit einer Bratpfanne auf den Kopf geschlagen wurde. Er erstattete Anzeige und verlangte 10.000 Dollar Entschädigung für den erlittenen Schaden. Wo soll er, was soll er damit machen? Er ist im Gefängnis. Ja, deswegen hat er am 16. April 2002 trotzdem eine Entschädigung bekommen, nämlich von 510 dänischen Kronen. Mhm. 2007 wurde er in das Hochsicherheitsgefängnis von Ostjütland verlegt. Und später wurde er jedoch wieder in die Anstalt Hersted-Wester zurückverlegt. Warum auch immer. Okay. Kommen wir jetzt zu unserem Rummenizer-Dasein. Ui. Oder willst du zuerst die anderen Klagen von ihm wissen? Nein. Doch, ich wollte zuerst die anderen Klagen. Okay. Also, er hat ja nicht nur wegen seinen Mithilftlingen geklagt, sondern auch einen Journalisten verklagt, nämlich Christian Ditlef Jensen. Er bezeichnete Peter Lundin als Psychopathen, indem er diesen in einem Leitartikel über Peter Lundin den Satz, Zitat, wir sind im Grunde genommen keine klinischen Psychopathen in der Peter-Lundin-Kategorie. Zitat Ende. Aber er schreibt doch die Wahrheit. Ja. 39 von 40 Punkten. Ja, aber das fand Lundin nicht so geil und das veranlasste ihn dazu, eine Klage einzureichen. Die Klage wurde vor Gericht beigelegt, wobei der Journalist freigesprochen wurde, indem erklärt wurde, dass der Satz als Aussage verstanden werden sollte, dass der Kläger ein klares Beispiel für einen Psychopathen im Sinne einer abweichenden Person ist. Und für einen Psychopathen, weil er ist ein Psychopath. 39 von 40 Punkten. Ach, Paula. Nein. So, du kannst, wieso, ich verstehe sowieso nicht, warum Leute im Gefängnis, die da drin sitzen wegen mehrfachem Mord, das Recht haben, andere Leute zu verklagen. Er klagt ja weiter. Pass auf, am 18. November 2008 äußerte sich die damalige Vorsitzende der dänischen Volkspartei, Pia Kiersgaard, in der Frühstückssendung Go Morgan Danmark, über Peter Lundin mit den Worten, Zitat, er ist einfach so gefühllos, wie man nur sein kann. Zitat Ende. Dies wiederum veranloste Peter Lundin im Februar 2009 dazu, Kiersgaard auf hunderttausende dänische Kronen wegen Verleumdung zu verklagen. Wieso hat er das gesehen? Weil er den Fernseher im Knast hat. Excuse me? Der Anwalt von Lundin, Peter Chörene, erklärte gegenüber der Presse, dass sie ihn so gefühllos genannt habe, wie man nur sein kann, und dass dies gegen alle Bürger des Landes gerichtet sei, die geschützt werden. Hä? Ja, ich verstehe es auch nicht. Am 4. März 2010 wies das Gericht in Lingbeet die Klage von Lundin zurück. Und Kiersgaard wurde freigesprochen. Der Richter betonte, dass die Dansks Prognäfen während des Verfahrens erklärt hatte, dass Synonym für das Wort afstumpet gefühllos, brutal, emotional, rau und roh sind. Mhm, keine Ahnung. Hier kack. Außerdem hob das Gericht hervor, dass die Äußerungen von Kiersgaard in einer öffentlichen Fernsehdebatte in einer Frühstückssendung und als Teil einer allgemeinen Kritik an der Medienberichterstattung über Personen, die wegen schwerer Straftaten verurteilt wurden, getätigt wurden. Darüber hinaus betonte das Gericht die Art der äußerst schweren Straftaten, deren Lundin überführt wurde. Ganz ehrlich, jemanden zu verklagen, dem ist doch einfach nur langweilig. Natürlich ist dem langweilig. Jemanden zu verklagen wegen einem Satz. Excuse me. Das ist doch, Peter Lundin war der erste Cancel Culture Twitter Troll, der irgendwie so, oh du hast vor zehn Jahren mal einen Tweet abgesetzt, der heutzutage nicht mehr okay ist. Kennst du? Ist noch nicht fertig mit Klagen. Am 18. Februar 2014 verklagte er die für den Cowling-Preis nominierte DR-Moderatorin Liene Gerzen und den DR-Moderator Kim Bild zu lassen wegen Verleumdung. Natürlich. Lundin war insbesondere der Ansicht, dass sie eine Grenze überschritten hatten, als sie ihn im September 2012 in einem Beitrag den Nachrichten beschuldigten für den Hascheschmuggel an das Herste-West-Gefängnis verantwortlich zu sein, wo er inhaftiert war. Herr Lundins Anwalt, mal wieder ein anderer, Tage Sibon, erklärte, in TV-Aviesen wurden falsche Behauptungen gegen zwei Personen aufgestellt. Bjarne Skonborg, also so hat sich Peter Lundin zu dem Zeitpunkt genannt, und eine ungenannte Frau. DR wurde aufgefordert, dies zu korrigieren, aber sie weigern sich. Deshalb haben wir eine Klage eingereicht. Zitat Ende. Vor dem erwähnten Beitrag war die TV-Zeitung im Besitz eines Berichtes, der angeblich enthüllte, dass Lundin der Mann hinter dem Cannabis-Verkauf im Gefängnis war. Und der Prozess wegen Verleugnung fand vor dem Kopenhagener Stadtgericht statt. Hier verlangte Peter Lundin eine Entschädigung von 25.000 dänischen Kronen und die Richtigstellung des Nachrichtenbeitrages. Am 28. März 2014, einen Monat später. Moment. Ja. Was will der mit dem Geld tun? Er sitzt im Gefängnis, er kann sich nichts kaufen. Nee, ich glaube schon, dass du im Gefängnis, ähm, hast du ja nicht Möglichkeiten, Sachen zu kaufen? Ja, aber was willst du mit 25.000 Kronen? Die 25.000 Kaugummis kaufen? Ja, Zigaretten. Pass auf, einen Monat später, 28. März 2014, wurden sowohl Liene Gerzen als auch Kim Bözelassen schuldig gesprochen. Nein, wurden sie nicht. Sie wurden beide vom Vorhof der Verleumdung gegen Lundin freigesprochen. Gleichzeitig entschied das Gericht, dass Peter Lundin und seine Frau innerhalb von 14 Tagen sämtliche Kirsten in Höhe von 20.000 dänischen Kronen zu tragen hatten. Seine Frau? Ja, dazu komme ich jetzt nämlich. Also, nach der Ausstrahlung des ersten Interviews, The American Dream, nahmen viele dänische Frauen Kontakt zu Peter Lundin auf. Ich sagte ja einmal, die Panties droppten im gesamten Land. Und 1996 heiratete er damals seine Frau Tina, von der ließ sie sich allerdings widerscheiden. Am 28. September 2008 heiratete er Marianne Pulsen im Strafgefängnis Österreich, reichte aber nach elf Tagen die Scheidung ein, als sie behauptete, er habe sie über eine andere Frau belogen, mit der er während ihrer Ehe ein Verhältnis hatte. Am 26. Mai 2011 heiratete Peter Lundin eine Frau namens Bettina. Sie waren von 2009 bis zum 3. Oktober 2017 zusammen. Ah, das ist lang. Wahrscheinlich hat er sich dann scheiden lassen, nachdem er ständig geklagt hatte und sie dann in Prozesskosten tragen musste. Erinnerst du mich noch, dass ich gesagt habe, es wäre Verleumdung, weil ihm vorgeworfen wurde oder in den Nachrichten gesagt wurde, er hätte mit Cannabis gedealt im Gefängnis? Ja. Am 21. August 2006 wurde er vom Gericht in Klaustrup zu 40 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er Cannabis in seiner Gefängniszelle aufbewahrt hatte, nämlich fast 100 Gramm. Wohe? Was? Hä? Am 23. April 2012 wurde er wieder verurteilt, weil er am 26. Juli 2011 wieder Cannabis und vier Amphetamin-Tabletten bei ihm gefunden wurden. Was machen die Wärter in diesem Gefängnis? Daumen drehen? Däumchen drehen? Däumchen drehen. Däumchen drehen. Und außerdem finde ich es halt sehr lustig, dass er zusätzlich zu seinem Lebenslängel noch 40 Tage draufgegeben hat. Und nochmal 10 Tage drauf. 50 Tage draufgegeben hat er. Die reißen es nämlich raus. Ja. Schön. Ja. Er hat dann versucht, immer wieder seinen Namen zu ändern, weil er ständig in den Medien verrissen wurde und immer alle so gemein zu ihm waren. Und zwar versuchte er seinen Namen erst in Nils Schaftner zu verurteilen, was ich schon sehr makaber finde, weil Schaftner der Mädchen-Namen seiner Mutter war. Ja, ich wollte gerade sagen. Später änderte er seinen Namen jedoch in Bjarne Skronburg. Wie funktionieren dänische Gefängnisse? Ich meine, ich weiß, dass Gefängnisse allgemein in Skandinavien sehr human sind. Aber warum kann der da rumrennen und links und rechts Leute verklagen und links und rechts seinen scheißen Namen ändern? Können die nicht irgendwann mal sagen so, hey, nö, erlauben wir jetzt gerade nicht oder so? Äh, keine Ahnung. Ich meine, klar, Menschen haben Rechte auch im Gefängnis, aber der nervt einfach nur. Tut er auch. Ja. Tut er auch. Du hast einen Autor, der hat ein Buch geschrieben, also Mikael Dahlen, der hat das Buch Monster geschrieben. Mhm. Sagt dir das was? Ich glaube, ja. Also Mikael Dahlen, Monster, Rendezvous mit fünf Mördern. Da berichtet er über Charles Manson, Issei Sagawa, Dorothea Puente, Peter Lundin und Wayne Lowe. Okay. Und Mikael Dahlen thematisiert in seinem Buch unter anderem eben diese, diese, ja, diese, diesen Hype um das Mörder-Dasein, beziehungsweise um diesen Personenkult um Mörder herum. Er vergleicht es mit, ähm, mit diesem Schwimmeln mit Haien. Also dass du zum Beispiel da bewusst, äh, Mörderabilia, Mörderabilia. Mörderabilia, die holst zum Beispiel, ähm, erzählt er, dass du, glaube ich, für eine Karte von Charles Manson 250 Dollar, äh, zahlen musst, eine Haarsträhne von ihm 2500 Dollar. Das Beispiel, ähm, Issei Sagawa, also dieser japanische Kannibale, ähm, sehr viel mit seiner Prominenz krokettiert hat, äh, unter anderem halt in eine Zeitschrift als Restaurantkritiker angestellt. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich meine, äh, hier, John Wayne Gacy hat ja diese Clown-Bilder gemalt, die ja auch, äh, von vielen Leuten aufgekauft wurden. Ja, ja, genau. Hat er auch erzählt, ähm, dass du Malereien, ähm, von ihm kaufen kannst. Ja. Und das, obwohl er eigentlich über 30 Jungen, äh, ermordet hat. Und er erzählt unter anderem auch eben von Peter Lundin, der hat vier Leute mit seinen bloßen Händen getötet, seine Mutter, Marianne und die beiden Söhne. Und, ähm, es pilgern bis zum heutigen Tag anscheinend immer noch Frauen ins Gefängnis zu ihm, um Sex mit ihm zu haben. Äh, ja. Vor allem. Oberflächlich betrachtet hat er so ein Rockstar-Leben. Äh, vor allem als, als, vor allem als Frau, ja. Und natürlich vor allem, weil, weil die meisten Serienmörder, Slash-Mörder, sind wir ganz ehrlich, ähm, Männer sind und Frauen als Opfer haben. Würde ich nie mehr, ich verstehe nicht, also, ich meine, wir haben hier einen True-Crime-Podcast. Natürlich sind wir irgendwie fasziniert von, von Serienmördern und Mördern, weil, naja, aber für mich ist es eher die, der psychologische Background und halt, was in diesen Menschen vorging oder was ihnen als Kinder passiert ist, dass sowas dabei rausgekommen ist und nicht, oh, ich bin fasziniert, weil Ted Bundy ist so hübsch oder so eine Scheiße halt. Das finde ich halt furchtbar. Ted Bundy ist viel, aber nicht attraktiv. Vielleicht in den 70ern, keine Ahnung. Ähm. Nicht bei der Ahnung. Nee. Ähm, und, keine Ahnung, auch, auch die, also, wenn man das, äh, von außen betrachtet, solche Leute wie, wie Bundy oder, oder, ähm, Manson oder sowas, die halt so viele Leute um sich schaden konnten, beziehungsweise Bundy immer wieder, Charles Manson, ähm, ja, dauerhaft Manson ist ja wenigstens nur charismatisch gewesen. Bundy sieht aus wie dieser, dieser komische Seelöwe da aus. True. Ähm, wir haben ein Meme dazu auf unserem Instagram und, äh, Facebook und, äh, Twitter. Aber, das ist es halt ganz oft, ne? Ja, und der Typ, Peter London, ist halt apparently auch irgendwie charismatisch, zumindest für gewisse Frauen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Art von Thrill-Seeking ist oder so. Uh, das ist verboten oder keine Ahnung, aber wie kannst du jemanden, wie kannst du zu jemandem gehen und Sex mit ihm haben wollen, der im Gefängnis sitzt, weil er seine Mutter, seine Freundin und deren Kinder umgebracht hat? Ja, die Jungs waren zehn und zwölf und hat mit bloßen hinten umgebracht. Oh Gott. Also, ich kann das nicht nachvollziehen und ich werde das niemals verstehen, was auch wieder psychologisch gesehen in solchen Frauen dann vorgeht. Also, ich meine, naja, ich... Ich meine, gut, manche Frauen, ähm, haben ja diesen Drang, ah, ich kann ihn ändern, bei mir ist er ganz anders, er ist missverstanden. Nein, er ist ja nicht als Psychopath, er hat vier Leute umgebracht. Ja, weil das sind ja Fakten. Ja, er würde dich umbringen, wenn er die Chance dazu hat. Genau, so, ah, er ist so missverstanden. Ja, vielleicht, aber er hat trotzdem vier Frauen, äh, vier Menschen umgebracht. Einfach so, nicht aus, er, nicht, weil er sich nicht daran erinnert und irgendwas über ihn gekommen ist, bla bla bla, sondern er hat es zugegeben, er hat diese Menschen umgebracht. Ja, er hat es auch noch für eine Zeitung, hat es auch noch nachgestellt, wie er das alles gemacht hat. Das ist das Bild, was du vorhin gegoogelt hast und gemeint hast, dass es mit einem Baby ist, nein, das ist das, wo es nachstellt. Dieses absolute, ach, also, wow, okay, das, nee, ich kann es nicht nachvollziehen und ich bin froh, dass ich es nicht nachvollziehen kann, ganz ehrlich. Ich meine, ganz ehrlich, man kennt es ja auch, wie du es auch gesagt hast, ne, Frauen irgendwie, siehst in Filmen, bla bla bla, oh, der Bad Boy und oh, er ist so cool und ich kann ihn ändern und dann sind wir für immer in love und so. Aber es ist halt ein Unterschied zwischen dem Bad Boy. Also zwischen einem tätowierten, lederbekleideten Motorradfahrer und dem. Vierfachen Mörder. Und dem vierfachen Mörder, der Leute, das Genick bricht. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und 39 von 40 Punkten auf der Psychopathenskala erfüllt. Richtig. Ah, naja, oh man, das war eine, bist du fertig? Ja. Okay. Ja, das war eine anstrengende erste Folge fürs neue Jahr, aber auch eine ein bisschen längere Folge fürs neue Jahr, also extra für euch, damit ihr wieder gut reinkommt und unsere wunderschönen engelsgleichen Stimmen wieder für euch entdecken könnt. Ja. Und gleich mal wieder mitbekommen könnt, wie wir gleich am Anfang voll vom Thema abschweigen. Es wäre keine Tod-Sicher-Folge, wenn wir nicht beim Thema bleiben würden. Ja, genau. Ihr seid ja nicht hier, um staubtrocken zu hören, was passiert ist. Das könnt ihr auch auf Wikipedia nachlesen. Wir sind hier, um euch mit Paula und Nika Scham zu erzählen, warum wir diese Menschen nicht leiden können. Richtig. Warum sie komisch sind und warum die Frauen komisch sind, die auf sie stehen. Aber in alter Tod-Sicher-Tradition möchte ich zum Abschluss der Folge noch an die Opfer von Peter Lundin erinnern. Mhm. Nämlich einmal seine Mutter, Anna Schaftner-Lundin und seine Lebensgefährtin, Marianne Petersen und ihre beiden Söhne, Dennis und Brian. Und ich finde es schade, dass man niemals auch nur irgendwelche Teile von ihnen gefunden konnte, dass so ... Dass die Familien halt irgendwie ... Irgendeinen Anhaltspunkt haben. Ja. Ja. Und ich verstehe nicht, warum Frauen trotz allem weiterhin so Peter Lundin pilgern. Ich verstehe einfach allgemein nicht, wieso ... Diese Folge ist ... Für mich ist diese Folge einfach eine Kombination aus Well, that escalated quickly and why. Ja. Und natürlich das Hickhack zwischen dänischen und US-Behörden. Nein, ihr hättet auf ihn aufpassen sollen. Nein, ihr hättet auf ihn aufpassen sollen. Ja, das ... Ich glaube, wegen sowas verschwinden sehr viele Mörder und Verbrecher unter dem Radar, weil verschiedene Länder ... sich nicht einigen können, wer jetzt irgendwie hier, wie heißt es, Jurisdiction, Rechtsprechung, danke, hat und das ist halt super traurig, weil wenn die das halt, wenn die das gelöst hätten, wie es gelöst hätte werden sollen, ja, das ist close enough, dann hätte vielleicht Marianne noch überlebt und ihre zwei kleinen Kinder auch, wenn sie ihn halt einfach unter Beobachtung gehalten hätten oder weggesperrt hätten oder, ja, naja, gut, dann würde ich sagen, rollen wir jetzt ins Auto und danach rollen wir ins Bett, gut, dann rollen wir jetzt ins Auto, also, wenn ihr sehen wollt, wie der super heiße, nicht, Peter Lund, den ausgesehen hat, seine lustige Gesichtsbemalung und warum er sich für die geilste Sau südlich und nördlich des Äquators hält, dann folgt uns gerne auf Instagram unter todsicherpodcast. Wenn ihr Updates haben wollt, dann findet ihr uns auch in diesem Jahr auf unserem weiterhin inaktiven Twitter unter todsicherpod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Facebook vertreten unter todsicherpodcast. Ihr findet uns auch auf unserem Telegram-Channel, nein, tut ihr nicht. Immer noch nicht. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder einfach nochmal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet und nicht Peter Lundin, dann schreibt uns gerne unter todsicherpodcast at gmail.com. Wenn ihr wollt, dass wir beide super viel Zeit für den Podcast haben, dass Paul nur noch Teilzeit arbeiten muss und ich noch mindestens fünf Jahre mit meiner Tochter zu Hause sitzen kann, dann unterstützt uns gerne auf Ko-fi unter todsicherpodcast. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen Mörder filetieren, eine Legende sezieren oder einen ungelösten Fall exhumieren. Bis dahin bleibt seltsam und seid immer todsicher. Und schickt keine Liebesbriefe an Mörder. Macabros. Das klingt immer noch komisch. Nein, Macabros ist super. Ja, okay. Was haltet ihr daraus? Ihr findet es super. Ihr liebt es. Aber sie hat doch gedacht, dass ihr uns liebt. Liebesbriefe, los, Herr David. Nein, bitte nicht. Okay, dann nicht. Doch. Schickt sie alle an Mika. Ja, ich lese sowieso, weil ich unsere E-Mails checke. Richtig. Ich finde, das war eine gute erste Folge für das neue Jahr. Das freut mich. Ja. So geht es weiter. Hoffentlich. Natürlich. Bis wir irgendwann dann wieder ein Thema im Monat starten. Ja, spätestens Halloween. Oktober. Spooktober. Das dauert noch ein paar Monate. Vielleicht kommt da dazwischen eine. Aber jetzt hat er ein Outro. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Macabros. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.